. 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 Ja! . . . . . . Ihr seid so blöd! Ist es okay, dass ich sein Coach bin? Natürlich. Cool! Ich freue mich! Bitteschön! Wie heißt du? Laurin. Ich bin total froh, dass sich Tim und Henning nicht umgedreht haben. Weil du ihn sonst nicht bekommen hättest? Ja, weil ich sonst Schiss hätte, dass du zu einem Kerl gegangen wärst. Ich finde dich mega. Du hast eine ganz weiche, tolle Stimme. Mega geile Songauswahl. Ich freue mich riesig und ich glaube, wir haben eine gute Zeit. Also das Stichwort bei Lena ist auf jeden Fall immer mega. Aber das zeigt, dass sie extrem aufgeregt und nervös ist. Und ganz ehrlich, bin ich froh, dass du halt eben dabei bist. Bei so einer Lady bist du auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Danke. Also ich muss auch als erstes sagen, dass die Songauswahl unfassbar gut war. Keine Ahnung, was es war, aber es war eine Sensation. Hammer! Hammer! Ich kenne mich ja eh nicht aus. Aber das war, sich das zu trauen, sowas hier zu singen. Du hast es super gesungen. Es war für mich einfach so meine Art von Gesang. Du bist bei Lena auf jeden Fall extrem gut aufgehoben und wo es jetzt jahrelang angeben können, ihr so nah zu kommen. Ich kann angeben! Tschüss! Dankeschön! Weißt du, was ist das? Ja! Geil! Alter, du bist in den Battles! Die Nervösität ist jetzt weg. Erste Mal. Erleichterung. Erleichterung, ja. Bis zum nächsten Mal.